Facebook oder Twitter oder Zing, Zwing, irgendetwas so. Ja, einfach WhatsApp und Facebook und so. Und einfach, ja, ich bin einfach direkt über das Internet verbunden mit allen Leuten. Dass man sehr viel Informationspäckchen auf sehr schnellen Art und Weise verbreiten kann. Da gehört Facebook, also alles Internetzeuge dazu, Twitter, wie auch, finde ich, jetzt, ja, unsere Smartphones gehören auch dazu. Überhaupt nicht. Nein, fragen sie verschiedene, vielleicht die Jüngere. Relativ viele Sachen, zum Beispiel das Internet, Zittigen, nein, Internet, vor allem das Internet, ja. Na ja, also Facebook und Akam. Also, soziale Medien, was man es erkennt, Facebook, Twitter, genau. Nicht viel. Nicht viel, also. Nichts. 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 Ah, keine Ahnung. Keine Ahnung. Nein, also, das weiss ich nicht, was ich immer mache. Ich habe allerst Facebook, als das Social Media. Dann aber auch verschiedene Austauschplattformen wie YouTube und so weiter, die man ja auch kennt und Google Plus. Also soziale Medien, denke ich, ist sicher gerade verbunden mit Facebook oder Zing oder vielleicht irgendwie so eine Social Media Plattform. Also, die mir ist hier. Facebook, wo es bin ich dabei. Die Abilität zu kommunizieren zwischen, uh, you know, multiple People over multiple Level. Bis zum nächsten Mal.